Servus die Burm und die Madl, also ein neues Spiel, es heißt Inside, wie hier ganz groß steht. Und die Steuerung ist ziemlich genial, es gibt nämlich Bewegen, Greifen und Springen, mehr gibt es nicht. Und ja, es ist halt ungewohnt, weil mit dem rechten Stick möchtest du dich umsehen und so, aber es funktioniert halt eben gar nicht. Aber es ist cool gemacht, also mir gefällt es, es ist mal was anderes, was neues, als immer diese Blockbuster-Spiele. Und ich freue mich schon, was hier alles passiert. Es ist ein Rätsel, ein Rätsel, ein Rätsel Jump'n'Run Game. Und ja, heiho, let's go, los geht's. Haha, kleiner Junge, ich weiß nicht, von wem er wegrennt, aber schaut sich das an, wie gut er schaut. Also es ist super, die Stimmung ist super. Durch diesen düsteren Wald. Bla 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 bla. Und ja, es ist halt linear, man kann echt nicht links oder rechts schauen, gell. Pass auf, pass auf, pass auf. Okay, da sind irgendwelche Männer drinnen, oder? In dem LKW. Wow, wow, lang sie, lang sie, lang sie, lang sie, lang sie. Wow, jetzt hab ich gedacht, der fährt zurück. Alter! So, komm, 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 komm. Was das wohl für Tippen sind? Schau, da sind da welche. Ist das eine Verbrennungsofen, oder was? Ist ja offen, oder? Aha, und die haben alle kein Gesicht, haben keine Masken vor dem Gesicht. Hallo, ja, 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 genau diese Richtung. Was ist das, bitte? Alter, lauf, 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 junger Mann, lauf. So, ja, das ist zu hoch. Ah, da unten ist der LKW, der gerade weggefahren ist. Moment, was machen die da? Was machen die? Okay, bleibt da stehen. Da kommen wir nicht hoch, gell. Ah, was, Moment. Greifen, alles klar. Ah, okay. Alles klar. So, okay, das sind Wunde. Sitz, sehr gut. Sehr, sehr gut. Geh weg, jetzt weg da. Tschüss. Aber was sind das für komische Typen? Ja, pass auf. Okay, da komme ich nicht hoch. Nein, mit Anlauf vielleicht. Okay, da muss es was anderes geben. Haben wir hier was? Was ist das? Ah, ausgezeichnet. So. Ah, echt. Und, ach, rauf da. Jawohl. Okay, da unten leuchtet wer mit einer Taschenlampe. Wieso haben die alle Masken auf? Das ist so spooky, oder? Okay, okay, okay. Ah, geht nicht schneller, geht schneller, geht schneller, geht schneller, geht schneller. Man sieht nicht, man sieht die Nightwing-Bike. Was? Fuck, 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 fuck. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Shit. Boah. Nicht mit mir, nicht mit mir. Okay, 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 sie wissen, wo ich bin, oder? Sie wissen, wo ich bin. Jetzt aber flott. Ah, da sieht ich keiner am Dickicht. Da sieht mich keiner. Das ist so gut gemacht. Das ist echt gut gemacht. Nicht immer dieses dauernd überfordern mit 10.000 Knöpfen durchging. Alle verschiedene Reihenfolge. Ruhige mal alles ruhig angehen, obwohl es super spannend ist, gell? So ruhig ist es eigentlich gar nicht. Okay, okay, okay. Lauf, 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 lauf. Okay, okay. Shit. Ha, ha. Shit, 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 shit. Lauf, 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 lauf. What? Okay, sie töten mich nicht, aber ich habe einen Betäubungspfeil im Rücken. Sie wollen mich... Aha, aha, dann muss es einen anderen Weg gehen. Ah, ich weiß schon. Lauf, lauf, lauf. Also, sie wollen dich nicht töten, also mich. Dann da, 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 da. Sondern nur betäuben. Das ist ja nur Spooky, ja. Weg, 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 weg. Geht's weg? Wo, wo laufst du überhaupt hin? So, das ist um diese Uhrzeuge, oder es ist ein Mann, ein ausgewachsener, aber es ist nicht, ich glaube, es ist ein Kind, oder? Was? Steigen die jetzt aus? Da ist doch jemand ausgestiegen, oder? Okay, ich muss vorbei, ich sehe nichts, ich muss da vorbei, aber wenn er mich sieht, ich muss vorbei. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf Ich höre die Hunde, ich höre Hunde. Okay, okay, aufdachen, aufdachen, aufdachen. Alter, die sind da oben, die sind da oben. Okay. Geht mir die Luft aus? Natürlich wird mir die Luft ausgehen, oder? Ja, ja, es geht mir schon die Luft aus. Ich muss rauf, ich muss rauf, ich muss rauf. Okay, okay. Runter da. Drüber und drüber und... Ah, raus aus dem Lichtkegel und da wieder rauf. Ausgezeichnet. Schwimm, 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 schwimm. Die da oben steigen schon wieder in die Haut rein. Bleib da oben, bleib, was ist da, bitte? Alter! Wie viel rumliegt da, tote Schweine? What the fuck? Das regnet und das regnet. Komm jetzt, komm jetzt, komm jetzt. Okay, da sind wir einigermaßen sicher in seinem Maisfeld. Na ja, wird der Horrorfilm geheißen, in dem Maisfeld, wo lauter Kinder drin waren? Kann mich nicht mehr erinnern. Wie, nicht der Fang einbogen, wird der geheißen? Verdammt! Ich glaube, so ein Spielberg. Ist ein Spielberg-Buch. Ein Spielberg. Ein Stephen King-Buch natürlich und vielleicht das Spielberg verfilmt. Was ist denn das da? Okay, ich, mich deucht, ich hätte etwas gesehen. Was ist das? Ist das Küken? Wie glücklich. Hallo, grüß euch. Wieso macht sie so einen Lärm? Habt ihr ein Glöckchen? Hallo, Kiki, grüß euch. Ah, okay. Okay, ich bin ja vom Bauernhof. Ja, hallo. Ich habe vieler Sinn. Die folgen mir alle. Ich bin ihre Mama. Sind das auf mich geprägt? Ja, da bin ich. Hallo, grüß euch. So, na, Moment. Komm wieder rein. Äh, natürlich nicht. So. So, und schwinge. Ich hoffe, das geht. Jawohl, geht schon. So. Okay. Da muss ich wahrscheinlich rauf, ne? Das ist viel zu hoch. Das sehe ich jetzt schon. Ah. Okay. Und noch einmal. Und geht schon. Und läuft sie. Das macht ein geiles Sound. Okay. Und was machen wir da jetzt? Okay. Da muss irgendwas rein, damit da oben der Heupallen runterfällt. Moment. Wo muss da irgendwas rein? Na, nicht. Es wird eingesaugt da unten. Was könnte man da machen? Was gibt es da? Na, wirklich. Ich vermute schlimm ist. Echt. Sieht da die Küche rein, ich muss, damit die da aufefliegen. Okay, wie schnell sind die? Na, da hinten, da nachzügler. Komm, 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 komm. Okay, 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 ich probiere das jetzt, ich probiere das jetzt. Das ist ja fuchbohr. Alter. Aber es geht nicht gut. Da ist das fuchbohr. Na, eines ist tot. Oder? Na, das ist tot, das bewegt sich nicht mehr. Sorry. Ah, fuck, sorry, sorry, sorry. Danke, ihr Lieben. Tante Scheiße. Alter, wie krass ist denn das? So. Moment. Ja, wieder. Ein Karm voller toter Schweine. Was soll das? Was soll das bitte? Dann muss ich da hineinupfen, oder? Dann hupfe ich da hinein. Und. Alter. Warum sind da so viele tote Schweine? Was soll das? Ja, es ist echt ork. Eine Seuche, oder so? Nein, das kann nicht sein. Also Schweinepest, oder so? Aber die Menschen sind ja alle so verkleidet und mit Masken. Nein, das muss ich so sagen. Was ist das? Eine Kuh? Da sind ja alle Tiere dort. Außer die Küchen. Komm, komm. Geht das jetzt schneller? Ich weiß, es ist tiefes Wasser. Ich weiß. Ah, okay. Cool. Cool gemacht. Sehr cool gemacht. Na, das sind doch Schweine, oder? Alter. Boah, ist das ork. What, what, what? Fuck you, fuck you. Ich dachte, du bist tot. No. Okay, okay, okay. Man sieht ja, wenn man genau schaut, sieht man ja, wie sich die Schwänze bewegen. Also das Ringelschwänze, was ja gar keins ist. Lauf, 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 lauf. Lauf. Ja, was soll ich da machen? Das geht sich nie aus, oder? Komm ich da um mich, ohne dass ich stirb? Ich laufe jetzt einmal Vollgas, ohne zu springen. Lauf, 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 lauf. Oder ich muss schleichen. Oder? Ich muss echt schleichen. Ja, ich darf sie nicht aufwecken. Okay. Schlaf, mein Schweinchen. Kann ich ganz langsam gehen? Funktioniert das? Schlaf, mein Schweinchen. Schlaf. Schlaf. Okay, so machen wir das. Na komm, na komm, na komm, na noch einmal. Ja, 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 nicht mit mir, junger Mann, nicht mit mir. Sehr gut. Ja, ich muss wegkommen. Kann ich da rauf? Nein. Es ist ein sehr böses Schwein. Also dieses Schwein ist echt angefressen. Sorry. Okay, Entschuldigung, das wollte ich jetzt echt nicht. Okay, 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 okay. Rauf komm ich ja nicht, gell? Also ich meine da rauf zu den Typen, weil da sitzen ja eindeutig Menschen. Oder Knien. Das ist echt gut. Nicht wirklich, gell? Nein, da komm ich nicht rüber. Was muss ich machen? Was ist das? Was ist das? Ah, okay, das ist irgendein, das ist ein Alienwirt, den sie da im Arsch hatte. Die Sau. Und der hat sie manipuliert, oder sie in einem Fall. Und gedankengesteuert. Das ist ja krass. Alter, was ist da los, bitte? Okay, ich muss da rauf, oder? What the fuck? No! Ganz oben links ist da jemand, ja? Alter! Sorry. Ah, da kann man, die müssen zuerst die rauslassen wahrscheinlich, oder? Aber wie? So, ausgezeichnet. Alter, ist das geil. Das war's, ja? Also, komm ich da wieder runter? So, war's das jetzt? Na? Moment, was muss da passieren? Was genau muss da passieren? Ah, okay, super, 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 super. Buh, ist das schräg, ist das geil, wow, 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 okay, das ist hoch, das ist sehr hoch, aber ja, kein Problem für mich, Moment, schauen wir mal zurück, was gibt es da, ist das schräg, so gut gemacht, erinnert mich an die heutige Zeit, wir sind alles nur manipuliert von Arbeit, von irgendwas, oder von einem kleinen Kind, oder einem erwachsenen Mama, weiß es nicht. Das schaut schon freundlich aus, obwohl, es ist alles kaputt, dieses Auto hat eindeutig ein Einschussloch, oder Zielbefall, wow, da drüben, schaut euch rechts oben, das riesige, okay, 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 ganz viele Menschen, die sind alle einfach ferngesteuert, da hat keiner mehr einen eigenen Willen, what the fuck, das ist ja echt eine, ganz eine eigene Dystopie, was ist mir da, ich bitte, auf was wartet jetzt hier, in den LKW zu gehen, fuck, 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 okay, das war mal dummisch, oder andere Richtung, da kommt eine Kette links oben runter, so, probieren wir mal, kommen wir da rauf, ja, das geht sie aus, und einmal noch und noch einmal und da rüber und da rüber und da rüber und noch einmal und jump, so, und auf, ich höre Vögel, puh, ich wollte nur schauen, ob ich den Stuhl bewegen kann, aber, Küken, hallo, nein, Vögel, haha, dann, ausgewachsene Küken, ja, ich weiß, Küken sind von Hühnern, bla bla, Moment, was ist da oben, die Vögel sind wieder da, hm, genau mal zurückschauen, ob ich da was machen kann, schieben, schieben, nein, nichts, hallo Vögel, grüß euch, grüß euch, ok, 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 vielleicht geht's da unten weiter, weil das sind Bretter, und wenn das Ding auf die Bretter fällt, ja, dann könntest du da unten weitergehen, aber schauen wir mal, was ist da, 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 natürlich, easy, as easy can be, und drüber da, und drüber da, aha, ok, mal gerade, brauchen wir einen Strom, wir brauchen Strom, machen wir eine Stufe weiter, so, was haben wir da, da liegt, ja, mal da, ja, natürlich, wir müssen das da aufhekriegen, und dann da umspringen, nur, wo ist der Strom, wo geht der Kabel hin, hm, 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 ich kann ja nicht, ich kann ja nicht, in die Tiefe gehen, sozusagen, ich kann ja nur geradeaus, links und rechts gehen, ich kann ja nicht da rüber gehen, das ist scheiße, die Vögel, lass mir die Vögel helfen, Moment, jetzt drück ich einmal, echt überall, das muss da runter, das ist mir klar, ja, nur, Moment, 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 ich kann da nichts machen, so, nein, Ah, ich bin mein Idiot, ja super, aber wie mache ich das, wie mache ich das, so, ah, na, Moment, wenn ich es so habe, es wird auch nicht funktionieren hier, okay, das geht noch, das ist da, ah, das ist schon zu hoch, okay, so, probieren wir es auch, nein, es ist schon zu hoch, das geht, da kann man aber nie rauf, nie, probieren wir es halt so, ah, jetzt habe ich es, naja, 5, 6 Minuten habe ich gebraucht, ja, das ist so einfach, verdammt, und geht schon, und da rauf, und da rüber, und jetzt da, und hat er schon, und da, und gib ihm, jawohl Bub, sehr schön, wow, 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 nicht gut, doch gut, tot oder was, wirklich, wirklich, muss ich schnell, schnell weg, sehr gut, so, und wieder runter, nicht, ich bin sehr froh, dass die Ladezeiten noch nicht eine Minute betragen, sonst spielst du ewig, so, na, Moment, bevor wir da rechts weiter, ja, mach auf, verdammt, okay, ich gehe jetzt mal rechts, verdammt, ich gehe doch links, okay, 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 schauen wir mal, was ist da, was ist das, eine Disco-Kugel, die ich jetzt kaputt gemacht habe, oder, ich weiß nicht, ob das richtig war, na, ich hoffe, das war jetzt richtig, na, ich hoffe, das war jetzt echt richtig, Aha, das würde sagen, Gedanken, aber wie komme ich da rauf, da brauche ich jetzt was, dann save, na, da irgendwas, na, 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 also ich, wie komme ich da rauf, Was haben wir hier? Hm. Okay, jetzt geht das wieder zu. Aber wie komme ich da rauf? Auf. Ja, wahrscheinlich sind da die Menschen drinnen. Na, da kniet einer, da rechts. Genau. Aber was nehme ich da? Den Save, der ist viel zu schwer. Sonst was? Haben wir sonst was zum Greifen? Na? Ich hätte die scheiß Disco-Kugel nicht kaputt machen. Verdammt! Na? Nein, 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 nein. Nein? Ja, das kann es ja nicht sein. So, noch einmal hier irgendwas. Ist das ein Hammer? Kann ich aber leider nicht holen. Wieso? Ein Hammer würde mir auch einem Scheiß-Trick helfen gerade. Okay, machen wir wieder zu. Ich bin so ein Idiot. Echt? So funktioniert das? Aha. Brauchen wir beide hier? Okay, probieren wir es mal. Machen wir zu. Ah. Sehr gut, Jungs. Sehr gut. Oh Gott. Ich höre einen Herzschlag. Das ist so unangenehm in den Kopf, dieser Herzschlag. Okay, 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 okay. Wow! C Und ein R Ok, das ist jetzt ein Rutsch-Jump-Run Rutsch und Jump und so Ah, da unten Schaut mal, wie die gehen Die sind alle ferngesteuert Ein Stück Gemüse Jeder Und die Männer mit den Masken und die Frauen mit den Masken sind aber die Wächter und die Aufpasser Alter, ist das krass Obwohl, auf der anderen Seite so bewege ich mich, wenn ich in der Früh aufstehe und zur Kaffeemaschine gehe Ganz Ganz die gleiche Bewegung Ja I feel you Die Fägelchen wieder So, auf da Und drüber da Und dieser Gut ist gegangen So, und wieder rauf da Und über diese schmale Bret Und Nein, 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 nein Wow, wow Wow Dank, war das jetzt richtig Ah, ja, ich kann noch nicht durch Ja, aufpassen So Schau, 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 schau Wie viele da sind Weil, wenn man genau schaut, ganz unten am Bildrand Genau, noch welche Na, jetzt sieht man sie besser Na, muss ich jetzt runter zu gehen Nein, 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 bleib mal lieber oben, hm? Wie gesagt, ich in der Früh, wenn ich auf dem Weg zur Kaffeemaschine Hallo Grüß euch Grüß euch Na, nicht wirklich Noch einer ist echt Jetzt aber Und jetzt aber Sehr gut Hallo, ihr da oben So So, da geht's rauf Da geht's jetzt nirgends mal hin, gell? Nein Was ist mit den Leuten? Was ist genau mit diesen Menschen los? Hm Die da oben Wir spazieren Aha, da kann man nicht rüber, eigentlich nicht Wieso nicht? Na Na Damm Hm Ja, komm Da haben wir nichts Filmrolle 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 Na Da haben wir auch nichts, oder? Nein Ok Ok Ok, ok, ok Was machen Hmm, hm, 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 hm Hm, 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 nicht so hoch vielleicht, hm? weiter auf, wieso geht's nicht? na? hm, 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 ja alter kann ich vielleicht die Leiter nehmen und da rüber tun? ach Gott ja, ja immer an das Einfachste zum Schluss denken na, Moment, bevor ich das jetzt tue was ist das da bitte? sind das tote Menschen? ich habe Angst, das einzuschalten wenn ihr das einschaltet, sind das wahrscheinlich so Roboter, die einfach auf mich schießen ich werde es einmal nicht einschalten aber da liegen genug tote Leute also tote Menschen da muss ich mich nicht hinzulegen aber ich komme wahrscheinlich nicht hinein doch, komm ich ok, und der Aufzug geht nur mit Strom, ich verstehe ja, fahrt fahrt ja, ok na gut na gut Moment, die haben sich jetzt alle bewegt, die Menschen da wow,chen unattest Panda und frei lassen sich wow,wow,wow,wow,wow,wow,wow,wow,wow,wow,wow ok,ok,ok ok so, jetzt, jetzt, schnell schnell, 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 unter unterer Fernahn und ja schnell ist er nicht der Aufzug aber effektiv Hallo Möbe der Jonathan nein 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 what wort 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 fach muss jetzt mit mir stehen ich muss jetzt mit schicht 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 und er hat immer ein auge auf mich das auge hat ein auge auf mich geh weg ich bin ein ganz normaler ein ganz normales stück gemüse ich bin ein brokkoli ich bin ein stimmig normaler brokkoli was machen die da okay ich muss hüpfen brokkoli brokkoli der hüpft ein hüpfender brokkoli okay zu dritt müssen wir sein ich verstehe ich verstehe 12 was was zu spät reagieren ok 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 wir drei müssen gleich gleich springen gleich sehr gut wir hoffen noch wir hoffen noch jedes mal wenn einer rennen ist alter geh weg du auge ja ihr vorsichtshalber bin ich nochmal gesprungen hallo mann mit maske ich bin so ein schlechter mitläufer ich bin so ein schlechter mitläufer ok hüpft 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 habe ich gemacht raus da raus da raus da raus da raus da ok ok hüpft noch shit ich muss dreimal hüpfen was hat der da eine ein teaser 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 was weiß ich nicht mehr wenn man dazu sagt so eins zwei ok er hat kurz geleuchtet habt ihr es gesehen die waren nicht synchron mit den anderen ok diesmal war es kein problem da fällt mir das Lied für die rage against die Maschine ein they say jump you say how high ja 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 passt nicht leuchten passt du nicht zu leuchten nicht leuchtet nicht leuchtet nicht das ist alles ok es ist alles ok das ist so spannend und so anspannend ok dieser herzschlag was was ich muss da raus ich muss da raus irgendwie was ist das bitte da drüben die ganzen wachen mit ihren hunden komm 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 du weck das licht du weck das licht was ist warum wieso was hätte ich machen sollen hat der abstand nicht gepasst oder was nicht rüberschauen bleib stehen ja 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 ich verstehe nicht was ist das echter abstand einfach normal mit ok das ist jetzt zu weit ich muss ein bisschen weiter zurück ich muss mich ein bisschen weiter zurück fallen lassen ok 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 warum wieso warum ach Gott wieso erklär mir wieso noch einmal ich einfach eine Sekunde später aufwärts zu gehen oder was wieso ich ich einfach nicht ich einfach nicht alles klar alles klar alles klar verdammt einmal noch alles klar verdammt was ich ich einfach was ich falsch ich weiß nicht was ich falsch mache ich weiß nicht was ich falsch mache ich weiß nicht was ich falsch mache ich muss einfach davon rennen Ach Gott, ja. Na, ey, super, oder? Ich hätte mich so 10 Stunden lang getötet. Da ist der Hund, ok, ich muss weiter. Da ist alles, wie so verfolgt er mich. Ja, 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 ich wollte uns schauen, was denn los ist. So. Da oben ist jemand, da nimmst du das. Na, und schiebst mich rüber, bitte, schiebst mich weg von da her. Hoffentlich gibt dem da oben jemand was zu essen, irgendwer. Wenn das seine einzige Aufgabe ist, hoffentlich füttert ihn wer. Aha, ok. Dann nehmen wir das mal mit, dann werden wir sehen, was passiert, nicht? Und dann musst du weiter, du musst weiter mit mir, es hilft nichts. Na, jetzt bin ich da. Ok. Nein. So, komm. Oh mein Gott. Da gehen Treppen runter, gell? Aber ich kann ja nicht in die Tiefe gehen. Trotzdem probier's. Ich probier's jetzt. So. Na, das hat keinen Sinn. Na, na. Komm, du mal. Ja, ok. Ich muss da runter. Nein, wo gehst du hin? Bleib da! Bleib da! So. Hm. Und wenn ich ihn einfach irgendwo hinschicke ohne dem Ding? Nein. Was passiert da? Wo geht er denn hin? Nein. Was passiert da? Wo geht er da hin? Das sieht man nicht mehr, gell? Ah, er kann ja hüpfen. Ah. Das bleibt offen. Nein, bleibt es nicht. Oh shit. Komm mal. Haben wir da irgendwas, was man mitnehmen kann? Das kann man nicht mitnehmen, gell? So. Und wenn ich mich jetzt befreie, ja, das hat keinen Sinn. Das hat jetzt keinen Sinn. Wenn ich nämlich ganz da drüben bin, es muss irgendwie offen bleiben, nicht? Wie schnell geht denn das? Das geht ziemlich schnell, ja. Wir müssen da irgendwas aufkriegen. Das er da oben. Haben wir da was? Haben wir da was? Na sicher nicht. Wir können dieses Ding auch nicht mitnehmen. Die Kiste, da kann man nicht mitnehmen, gell? Am Ende. Am Ende. Hm. Hm. Ob das jetzt was bringt? Ich weiß es nicht. Nein. Die irgendwo hinter. Du. Na, das Rätsellösung ist einfach, dass du mich ein bisschen zentrierst. Wieder mal runter geh. Und wieder rauf geh. Nämlich. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, dass du dich denn dauerst hast. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Um, ich weiß es nicht. Wir müssen die Werte gut zurück. Und dann muss ich mal vor. Keine Ahnung, aber das werden wir das nächste Mal sehen. So, ich mache jetzt eine Pause und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt, los geht's, ciao, papa.